Ich bin in einer ganz komischen Stimmung. Ich bin hier gerade in dem Ferienhaus auf Norderney und hier gibt es einen fetten Fernseher und ich habe schon so lange keinen Fernseher mehr geguckt. Und es ist jetzt zwei Uhr morgens, alle schlafen schon und ich schaue The Masked Singer und ich denke, dass wahrscheinlich die wenigsten um diese Sendung herumgekommen sind. Das ist eine Sendung, in der Menschen auftreten, die ein Kostüm tragen und die Jury soll raten, wer die Menschen sind. Und ich glaube, es ist auch ziemlich coronamäßig, dass sie halt Masken aufhaben. Und die haben auch Tänzer auf der Bühne oder Tänzerinnen, die dann halt je nachdem, was das für ein Thema ist, auch Masken anhaben. Also bei ihr jetzt sind so lauter Skelette mit so Masken und sowas auf der Bühne und davor war ein Frosch und da hatte lauter Froschkäpfe und Tauchermasken. Also dass auch die Tänzer und Tänzerinnen, die auf der Bühne halt mitmachen, dass sie halt auch maskiert sind auf eine sehr kunstvolle Art und Weise. Und wenn die Menschen vorgestellt werden, dann wird die Stimme von denen verfremdet, dass sie so klingt wie Roboter. Und das ist die Unterhaltungssendung der Apokalypse. Ich bin richtig... Oh, es ist so gruselig. Was kann ich, was ich dazu sagen soll? Ich mag sehr gerne die Serie Black Mirror. Für alle die Black Mirror nicht kennen. Es ist eine dystopische Serie, in der also jede Folge eine komplett neue Welt zeigt. Also die hängen quasi nicht zusammen. Außer mit dem Konzept, dass es halt Dystopie-Serien sind. Und zwar unter dem Überbegriff, dass jeweils eine Idee zu Ende gedacht wird in einer dystopischen Version. Also irgendeine Erfindung oder so zu Ende gedacht wird und es immer so Zukunftsszenarien sind. Und ich liebe diese Serie sehr, weil die auf eine sehr gruselige Art und Weise... Ich mag Dystopien total gerne und die auch sehr, sehr realistisch sind. Und in vielen Black Mirror-Folgen wird eigentlich genau so eine Welt karikiert, die ich hier jetzt gerade erblicken darf. Was auch mega gruselig ist, ist, dass alle dort... Also alle tragen Masken. Also jetzt die Jury, weil die sitzen irgendwie drei Meter entfernt an einem Tisch. Aber diese kostümierten Sänger und Sängerinnen werden also von so maskierten Bodyguards reingetragen. Und es gibt so eine standardisierte Maske für diese Sendung, wo das so von Weitem aussieht wie so ein Lächeln auf der Maske. Und weil in dem Fernsehzuschauerraum nicht so viel Publikum sein soll wegen Corona, sitzen so in so kleinen Inseln einzelne Familien, die so ein Ticket gekauft haben. Also Mama, Papa, Kind sitzen in so einer einzelnen Insel und die haben auch diese Maske auf mit dem Lächeln. Und es wirkt so dystopisch und so gruselig und so banal und so oberflächlich. Oh Gott, oh Gott, ja. Das ist auch noch so eine Sache. Ich habe mich gerade so erschrocken. Da im Hintergrund werden auch Publikumsreihen gezeigt, die aber in der Zeit ja gar nicht sein dürfen, weil die Menschen dürfen gar nicht in Reihen sitzen. Und das sind Pappfiguren. Und manchmal, wenn die Kamera, ich achte halt gerade auf alles, und manchmal, wenn die Kamera in so einem ungünstigen Winkel ist, dann sieht man halt, dass die Pappfiguren von der Seite halt nur so dünn sind. Und das ist richtig gruselig. Die haben so einstudierte Bewegungen. Also der Frosch, der macht immer noch bestimmte Bewegungen. Also der Sänger, der, ich hoffe, das macht irgendwie Sinn, was ich gerade erzähle. Der Sänger, der ein Frosch ist oder der Frosch, der ein Sänger ist, der macht immer so Kniebeugen. Und das Erdmännchen macht irgendwie immer so. Und die Biene macht immer so. Und die haben halt voll, und genau, und das Skelett macht die ganze Zeit so. Die haben halt nicht einstudierte Bewegungen. Und das wirkt einfach total absurd. Aber was ich auch sehe in dieser Sendung, ist, dass alleine für diese Sendung, die wirklich Corona-Thema hat, wegen den ganzen Masken, und weil so wirklich banalste Unterhaltung ist, und das direkt nach diesen Schreckensnachrichten kamen, dass die Länder dicht machen und die Zahlen in die Höhe gehen. Und das, da sind die, da sind die Pappfiguren, das sind alles Pappfiguren. Pappfiguren. Oh, wie gruselig. Mega gruselig. Also gerade waren die Nachrichten, und heute ist der Tag, ich weiß jetzt nicht, wann ich das Video hochlade, heute ist der Tag, an dem die Zahlen richtig so in die Höhe gegangen sind. Und wo so richtig so, dass der Frosch, boah, 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 boah. Das ist so gruselig, das ist so gruselig. Und da sind die Bodyguards mit den Masken, die den reinführen. Und es ist alles so betrieben und so unangenehm und so gruselig. Naja, ich war gerade... Gerade waren auf jeden Fall Nachrichten, und genau, die Zahlen sind heute richtig in die Decke geschossen. Die ersten Länder machen ihre Grenzen wieder zu. Ich habe einen mächtigen Schreck bekommen, wegen meinem Ziel für den Winter. Ich musste erst mal, also ich habe richtig Herzklopfen bekommen, und mein Hals richtig zugekommen. Ich dachte, scheiße, ich komme hier nicht mehr weg, weil ich noch ein Konzert habe und noch die Studioaufnahme mit Prafol. Das heißt, ich bin hier noch eine Weile nicht weg, und die ersten Grenzen machen halt schon zu. Und ich habe mich halt wieder total von der Panik leiten lassen. Es geht echt so schnell. Also es heißt, einige Länder sind schon dicht, oder einige Grenzen sind schon zu. Und ich habe natürlich total einen Schrecken bekommen, weil das zum Teil auch mich betroffen hat. Aber wenn man dann auf die Seite vom Auswärtigen Amt geht, sieht man, dass du durch die Länder noch durchreisen kannst. Das ist alles nicht so heiß gegessen, wie gekocht wird. Heißt das, glaube ich, genau. Und das, wenn du irgendwie einen guten Grund hast, oder eine Adresse, wo du deine Quarantäne nachweisen kannst, und so weiter, dass du dann auf jeden Fall irgendwie noch durchkommst. Aber die schaffen das halt so gut, die Medien gerade Angst und Schrecken zu verbreiten. Genau. Und das gefolgt von dieser... Ich weiß gar nicht, wie ich es nennen soll. Das ist so absurd. Das ist Apokalypse-Zirkus. Ich sitze hier komplett sprachlos. Es ist gruselig. Ich finde es auf eine literarische Art und Weise richtig interessant. Und richtig widerwärtig, weil ich fühle mich mitten in der Black Mirror-Folge. Ach genau. Und was ich noch sagen wollte. Allein in dieser Sendung, die ja in der Hochzeit... Heute sind ja die Zahlen so hoch gestiegen, wie sie ja noch nie waren. Die Sendung, die jetzt in der Hochzeit der Pandemie gerade auch irgendwie ihre Hochzeit hat. Allein diese Sendung enthält so viel Kunst und so viel künstlerische Berufe. Das ist mir richtig aufgefallen. Weil... Genau, was ich ja schon vorhin erzählt habe. Ich bin so ein bisschen abgedriftet. Diese Tiere, die haben alle ihre eigenen Bewegungen. Die sind also richtig gebrandet in ihren Bewegungen. Und ich sage euch, das Satz wurde alles gecoacht. Das sind alles irgendwelche Künstler oder Schauspieler oder irgendwelche... Leute, die sich dieses ausgedacht haben, dass die Charaktere sich voneinander unterscheiden sollen und jeder seinen eigenen Move machen soll. Ah, das ist Alpaka. Wie weird. Und das sind Tänzerinnen im Hintergrund. Das sind mit Sicherheit Tänzerinnen und Tänzer, die den Abschluss haben an der Hochschule, wo ich auch Stückes habe. Also im Bachelor of Dance zum Beispiel. Safe macht da einiges an Musiktheater mit. Und die Kostüme sind so krass. Richtig, richtig krass. Und ich meine, dass das von der Liveband auch begleitet wird. Hier sind so Grüne, die Biene. Und Bienenkinder. Und diese haben so grüne Ketsuits an. Und aufzieh-Dinger am Rücken. Das sind richtig aufwendige Choreografien. Was da alles... Also für jemanden, der schon mal eine Choreografie gemacht hat oder geplant hat. Was da für Arbeit reingeflossen ist. Wie viele Künstler. Und das alles in einer Zeit, in der es heißt, dass Kunst, Musik, Tanz, alles nicht systemrelevant ist. Trotzdem ist es doch jetzt hier sehr nötig, um die Menschen irgendwie vom allgemeinen Geschehen erst komplett in Panik zu versetzen und dann zu betäuben. Ja. 2020. Herzlich Willkommen. The Masked Singer. Unterhaltung in der Apokalypse. Tja. Ich glaub, ich schwing mich mal raus in den Regen. Die kleine Müh erwartet noch ihren Nachtspaziger. Genau. Es ist jetzt halb drei gleich. Und ich mach mal diese Kiste aus und überleg mal alles, was ich gerade gesehen habe. Wow. Das ist Stoff für meinen Dystopioma. Das sag ich euch aber. Das ist, was hier gerade passiert auf der Welt. Das ist literarische Arbeit. Szenarien, für die man sehr viel Fantasie gebraucht hätte, um die sich so auszudenken. Das ist wirklich, also aus einer literarischen Sicht, sehr faszinierend, was hier gerade passiert. Da, da ist die Familie. Die sitzen da mit Masken und Ballons. Wow. Guckt es euch an. Macht euch euer Bild. Lasst mich wissen, was ihr dazu denkt. Lasst mich wissen, wie ihr gerade die Situation findet. Wie ihr das irgendwie, wie ihr das erlebt gerade. Was ist gerade für euch. Ich will wissen, was ihr denkt. Ihr schönen, ihr schlauen. Ich will wissen. Ich will wissen, wie ihr diese Situation gerade empfindet. Ob es euch so geht wie mir. Ob ihr euch auch fühlt wie ein Alien gerade. Oder wie im falschen Film. Lasst es mich wissen. Lasst uns austauschen. Ich küsse euch sehr. Grüße vom Meer. Grüße von der Nordsee. Grüße von den Nordstürmen. Grüße von der kleinen Müh. Und ich hoffe euch sehr, sehr, sehr gern. Lasst mich wissen, wie es euch geht. Ich hoffe, es geht euch gut. Haltet die Ohren steif. Wir halten zusammen. Bis bald. Bis bald.